Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Ja, euer Alex meldet sich nach einer kleinen Kreativpause zurück. Und zwar mit dem Spiel Resident Evil Outbreak. So ungefähr. Ähm, ja, endlich mal wieder ein Resident Evil Spiel und da gibt es gleich einige Neuerungen. Also wir haben nicht einen unserer gewohnten Charaktere wie, was weiß ich, Jill oder Chris oder Leon oder Claire. Ja, nein, wir spielen mit, äh, ja, wir können mit acht unterschiedlichen Figuren spielen. Für welche ich mich gleich entscheide, das werdet ihr dann sehen. Und es gibt auch einige neue Fähigkeiten in dem Spiel. Und so ein paar Änderungen, die jetzt nicht unbedingt von Vorteil sind. Aber das werden wir gleich alles sehen. Wir starten mal das Spiel. Wie ihr seht, ein Playstation 2 Spiel. Und von diesem Spiel gibt es, äh, zwei Teile. Also das ist so eine Nebenreihe, sag ich mal, die wieder zwischen Teil 2 und 3 spielen von der Zeit her. Genau, Playstation 2. Now loading. Also ich habe wieder so eine Uncut-Version. Ich bin der Meinung, die ist aber, äh, meine ich, die kann ich auch auf Deutsch einstellen. Also nicht wie bei RE3. Hier haben wir es auch. Videomodus ändern? Nö, nö, mach mal. Alles gut. Alles gut. Ja, das Problem ist, ähm, das Menü, mit dem wir uns sonst immer, ja, sicher schätzen konnten, weil wir da ungestört waren. Ja, das gibt es in der Form jetzt nicht mehr. Wenn wir unsere Waffe wechseln oder irgendwelche Sachen kombinieren wollen, dann läuft das Spiel weiter. Das heißt, wir können in der Zeit angegriffen werden. Das ist nicht so prall. So, da seht ihr, worum es geht. Wir spielen... Das ist normal. Und zwar spielen wir... Sehr schön, ne? Ist herrlich. So, hier die drei Fragezeichen. Justus, Peter und Bob. Die können wir noch nicht auswählen. Das sind halt so Bonus-Sachen, die man freischalten kann. Und... Also das ist so ein Spiel... Da kann man etliche Sachen freischalten. Das will ich aber mit euch alles gar nicht machen. Ich möchte euch das Spiel halt nahelegen und vorstellen. Und das mache ich, indem ich diese Szenarien... Das sind, glaube ich, fünf? Fünf oder sechs? Ne, ich glaube fünf. Fünf sind's. Die werde ich halt mit einer Person durchspielen. Und ich will sie so gut wie möglich bewältigen. Und das soll dann... Ja, damit soll das Let's Play dann auch fertig sein. Also ich will keine Bonus-Level oder sonstige irgendwelche Nebenaufträge machen. Wenn ihr da ein Walkthrough zu sehen wollt, dann müsst ihr mal gucken. Da weiß ich jetzt nicht, wer da eins zu gemacht hat. Da gibt es bestimmt jede Menge gute Beispiele. Wir machen ein Let's Play von den fünf Szenarien. Und ich gucke mal, wen wir denn nehmen können. Ich hab schon so im Kopf, wen ich nehmen will. Okay. Das erste Szenario, was wir nehmen, heißt Ausbruch. Ein anderes können wir auch noch nicht nehmen. Ein typischer Abend in Jays Bar. Bis die Party überraschend gestört wurde. Dieser Überlebenskampf hatte begonnen. Ach, unser. Unser Überlebenskampf hatte begonnen. Gut. Ja, dann fangen wir das doch mal an. Jetzt haben wir hier verschiedene Charaktere. Wir haben Kevin, ein Polizist. Mark, ein Wachmann. Jim, ein U-Bahn-Angestellter. Der Typ, der regt mich wahnsinnig auf. Der hat nämlich einen bestimmten Satz in dem Spiel. Immer wenn der uns begegnet, dann hört man, ich sag mal zu 50 Prozent, sagt er zu ihm, My life is shit. Und das regt mich auf. Das regt mich einfach nur auf. Wir haben George, ein Arzt. Also natürlich, weil es logisch ist, jeder hat eine eigene Eigenschaft. Als Arzt zum Beispiel ist er, glaube ich, versteht er? Er kann Medizin aller Art herstellen. So, zum Beispiel. Dann haben wir hier David Klempner. Der kann wahrscheinlich dann mit Werkzeugen umgehen. Ja, steht er auch. Also das ist schon sehr, sehr naheliegend. Eine Reporterin haben wir. Und das wird unsere Figur sein. Yoko. Ja, ihr wisst ja, dass ich so ein kleiner Platz-Fanatiker bin. Ich brauche Platz. Ich habe immer zu wenig Platz in meinem Inventar. Deswegen werden wir Yoko nehmen, weil sie hat einen Rucksack und kann damit doppelt so viel tragen. Wir haben noch Cindy. Eine Kellnerin. Ah, und da sind wir schon am Ende. Ja, es sind, glaube ich, acht, ne? Ja. Also wir wählen uns für Yoko. Entscheiden uns für Yoko, meine ich. Ja. Ja. Normal oder leicht? Leute, wir spielen mal auf normal, ne? Leicht wäre jetzt ja auch ein bisschen zu einfach. Ich möchte ja auch ein bisschen... Ja, herausgefordert werden. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, also wir werden in diesem Spiel auch jede Menge Schauplätze aus den vorherigen Spielen. Ich glaube, in diesem Outbreak-Teil, überwiegend aus Resident Evil 2, ja, da werden wir einige Szenarien sehen. Lasst euch überraschen. Und auch dieser Vorspann, der weist auf eine frühere Cutscene hin. Müsst ihr mal genauer drauf achten, dann werdet ihr das bestimmt herausfinden. Ich bin jetzt mal ruhig und genieße ein bisschen die Musik. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020